Das sind immer die Menschen. Das nächste soll so befürchtet. Ausimpost die zwei. Na, na, sehr schön. Die gute. Gute Pistole. Moment, ich habe eine Idee. Ich könnte das testen, indem ich jemanden einfach die Beine absäge. Geh doch mal hier oben lang. Ja, ich habe gehört, dass das Militär vielleicht involviert wird. Ah, ich muss... Seht mal links oben. 12 von 20. Okay, ich muss alle töten. Okay, das ist... Hab ich auch schnell bemerkt, muss ich sagen. Ich bin stolz auf mich. Kann ich ja nicht auch verbrennen. Boah. Boah. Ich glaube, da habe ich echt öfters Stringstoff. Ja, das ist das. Ich muss mich verarschen. Ich habe einen Kopf zum Explodieren gebracht. Das ist gut sein. Hier ist noch ein Kopf. Ist das deine? Ich habe einen Kopf. Oh, das ist doch gar kein Zombie. Hey, Bruder. Was ist da auf der Toilette? Niemand. Okay. Okay. Lebt hier noch jemand? Nö, diese Gefilder waren beide verkaufen. Das ist nämlich Motivation. Was ist denn weg? Ich würde ja nur mit dem Beziehung nicht gleich ausflippen. Ich bin ja kein Zombie. Hier ist ein Zombie. Hier war ein Zombie. Zwei Zombies brauchen wir. Ah, hier unten ist ja nur einer. Ich muss jetzt erst auf die Köpfe von denen noch finden. Können ja auch auf der Map gespickt sein. Könnte ja auch auf der Map gespickt sein. Könnte ja sein. Verbrechen kann ich sie auch nicht. Wenn es dann auf 19 hoch geht, weiß ich, dass das auch funktioniert. Aber echt, bei diesen Menschen funktioniert es ja auch. Hier, fang. Ja, das ist ein Feuer. Ja. 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 Wir weinten die. Ja. Das ist so krank. Ja. 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 ulla müssen wir jetzt nehmen ... Ja. 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 Ach du. Ja. Ja. Ich muss halt nicht mal wieder mal produzieren. Schon mal die Elite bateb zawartig? Ja. Und er wird auch nichtiz sage, dass er im Kopf sch auch nicht da hat jemand gekotzt, hier ist mal ein Donut, den hätte ich gerne ganz ernsthaft, wo sind die Letzten, das geht nicht mehr mit das ist unmöglich, alle Köpfe zu finden, wenn die irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, wohin gespickt sind das ist irgendwo Out-of-Map sinnlos und kack, ah ne, das ist nur ein Zombie die sind nur zwei Zombies ja, geschafft okay, das hat wir umbefördert, wir sind jetzt von der Polizei und vom Militär, glaube ich Absolut Jetzt schau dir an, Kau wir finding that the most effective and entertaining way to dispatch a cow is with this here government approved sledgehammer ajne questions Ok, müssen wir jetzt Kühe mitzgen, oder was? Ehhh, wieso immer? Ok, macht es überhaupt keinen Sinn, nicht so, aber, aber ok, ich habe auch keine andere Waffe, ne, ich muss mit dem Hammer, wieso Stücke regnet. Wieso auch immer wir 21 Kühe killen müssen? Es macht, es macht einfach, es macht einfach keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Aber das ist, das ist Puzzle. Nichts macht wirklich Sinn. Und das ist halt, äh, das ist halt liebend, der Puzzle, weil es keinen Sinn macht. Wenn wir einfach so 21 Kühe killen müssen. Einfach so, Kühe. Wieso? Naja, ich meine, wir mögen ja die Meat World und wir wollen die ja unterstützen für ein paar mehr Steaks. Ich habe jetzt echt gerade Lust auf Steaks, ich weiß nicht wieso, aber nicht wegen den Kühen, aber ok. Du bist gut, Junge. Hier, probierst du diese auf. Wir sind Pamela Anders da drücken. Ja, es macht zu viel Sinn dieses Spiel. So, nehmen wir hier die Granaten die wir nehmen sollen, dann flieh ich für. Wo sind sie denn? Da sind sie. Okay, ich kann den direkt angreifen äh anwerfen. Oh. 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 Und dieses Küchen. Hier sehe ich auch noch irgendwie etwas. Was? Genau. Sehr schön. Medikit. Was? Sie haben Larry the Crap? Ah ne, wir wollen ja nicht Larry. Alle wollen ja Crutchy. Close out sail. Please love me. Okay. Niemand mag ihn. Das ist keine Waffe, schade. Hier oben hat es nicht mehr. Hat sie noch eine Kuh? Ne, ich glaube nicht. Gut, gehen wir weiter. Jetzt können wir die sichern tief in die Sequenz nehmen. Ähm. Schilder. Meat is gay. Wie? House are people too. Big house gibt mits ass. This is the devil. Äh. Okay. Wahrscheinlich ein developer. Könnte ja gut sein. Ich fühle schon besser. Ah! Molotov! Nein! Ist das nicht nett? Mich mit einem Molotov-Kotel abzuwerfen. Ich erzähle ich eigentlich etwas. Ich wette drum. Weil ich hier schon so schön rumgehen kann. Dann hat es hier sicher nichts. Weil man zu schön rumgehen kann. Wenn es nicht wirklich versteckt war. Okay. Okay. Weißt du ja, wenn ich die jetzt anders tüte. Mit einer Sense. Okay. Das sind Zombie-Kühe. Das sind Zombie-Kühe. Das sind Zombie-Kühe. What the fuck? What? Guck. Entschuldigung. Ja. Winnen wir. Nicht getroffen. Eine毒-Säge. Ja. Zünde nicht selbst an. Das ist mir nicht gut. Geh weg. Bam, Collateral. Was? Jetzt hat es mich auf dem Test geswitcht. Hm, okay. Kann ich nicht die Pür anziehen? Kommt mir mal zum Molotow? Kann ich nicht. Und probiert er jetzt noch? Was? Oh, hier ist der Schreiber. Okay, unser Leben bringt uns jetzt hoffentlich nicht um. Ach so, ich denke die Koppelkirchen müssen explodieren. Hm. Oh, okay. Okay. Hm. Hm. Das kann nicht gut sein für mich, aber ich habe mich nicht gewöhnt. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Wir haben wieder noch gute Schilder. Einen Hintern. Traurige Smiley. End Protesting. Make a game with a plot. Ha. Achtung. Hitler wrote a book. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das hat doch wirklich mein Kampf. Wer es nicht weiß. Aber ich denke, das ist so fast jeder. Okay. Und den Restlichen kennen wir schon. Eine Schutzwässer. Und eine Acker im Schlafzimmer. Uh. Eine arkanische. Vielleicht mal kaputt machen. Weil das nicht so gesund ist. Uh. Definitiv brauchen wir mehr davon. Hey, Kids. Komm her, Frau. Trust me. Es ist nur wie schlafen. Geh, Katze. Hm. Ist mir zensiert. Okay. Ich dachte, ich habe das in der Ziel gekauft. Wer es nicht gesehen hat, äh. Kann sich ja mal ein April-Scherz. Video von Postel 2 anschauen. Da haben die nämlich einen kleinen April-Scherz gemacht. So. Muss ich jetzt wohl da runter. Muss ich jetzt mal. So ein bisschen Sinn machen. Jetzt mal kurz hier hinten schauen. Hier geht es wirklich nicht durch. Nein. Okay. Gehen wir unten lang. Äh. Und zwar springe ich jetzt einfach runter. Zack. So. So. Nur noch 6 Stück brauchen wir. Äh. Ich habe jetzt noch welche. Die wir jetzt unsere Raketenlaufer vermissen. Ich sage. Ähm. äh, brauche ich ihn vielleicht nicht haha, wie die Flumes du bist doch kein Kuh oh, das war noch eine andere Kuh, ne? was, ist das auch gespickt? naja, hier ist er daun hier ist er daun hat er den Kopf getroffen? ne, ne hier ist er noch nicht der Entschuldigung was ich ihm getan wo 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 re und auf und tschüss